Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute haben wir dann wieder einen interessanten Test oder Unboxing, wie ihr das nennen wollt. Und zwar haben wir 13 super geile Produkte von Degusta. Was genau drin ist, seht ihr nach dem Trailer. So, und hier sind wir wieder. Wie gesagt, Degusta ist eine Firma, da könnt ihr euch so Kisten bestellen, so um die 15, 18 Euro. Da kommt jeden Monat eine neue raus. Und da sind immer sehr hochwertig interessante Produkte drin. Was genau hier drin ist, machen wir jetzt zusammen mal. So. Auch immer sehr gut verpackt. Hier müssen Backpapier oder Umback-Umpapier. Ja, wie sowas. Wie ihr seht, seht ihr auch schon die ersten geilen Produkte. So, fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier 35 Kaugummis zuckerfrei. Ja. Und das ist jetzt hier dran neu. Sieht so aus, als wäre die Form irgendwie anders. Können wir ja mal aufmachen. Um mal zu sehen, hat sich hier eine schöne Pool. Ja. Kann man immer brauchen. So, was hätten wir hier noch? Und dann sehen wir hier noch. Salzige Schokobrezeln. Na gut. Ist nicht jedermals geschmacksam, aber gut. Wieder verschließbare Tüte. 140 Gramm. Ja. Kann man aber machen. Das nächste Produkt wäre Schokolade mit Kekse. Auch sehr dick, wie man sieht hier. Das ist schon so ein guter Klöpper. 180 Gramm. Ja. Cool. Übrigens, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, weil ich habe ja häufiger solche Boxen. Und jeder, der mich abonniert und einen Kommentar darlässt, bekommt auch etwas geschenkt von mir. Und zwar ein cooles E-Book. So. Das nächste wäre, das ist natürlich richtig interessant. Ja. Ein Weingummi mit Alkohol. Mit Ginger Spritz. Spritz. 7%. Ja. Da machen wir mal ein separates Video. Mal gucken, wie das schmeckt und so. Ja. So. Was haben wir jetzt hier? Äh. Thailändisches rotes Curry. Ja. Also so eine Art Instant-Geschichte. Wie man es von den Suppen kennt. Ja. Okay. Ist jetzt nur was Neues mit Reis. Jasmin-Reis. Basilikum. Ja. Kann man mal probieren, ne? So. Nächste Produkt. Okay. Ich habe das separat eingepackt. Ja. Von Schweps. Wildberry. Kennt man ja. Ja. Ist jetzt nicht so mein Fall, weil, ja. Ich finde ihn mal ein bisschen bitter. So. Dann haben wir hier. ein Pechkeks. Also kein Gedruckskeks, sondern ein Pechkeks. Na. Können wir ja mal aufmachen. Ja. So ein Scheißhaufen. Ja. So. So. könnt ihr ja selber lesen. Na ja. Mal gucken. So. Na ja. Okay. So. Was haben wir denn noch? Ja. So eine Art. Was ist das hier? Schnaps oder sowas? Likörchen. Ja. Ja. Little. Keine Ahnung. Kenne ich jetzt nicht, was das ist. Warte. Ist das jetzt ein Weinbrand oder so? Hier steht auch nichts drauf jetzt, was genau das ist. Ja. Gut. So. Und jetzt gibt es Reisschips von Pringles. Okay. Okay. Können wir mal aufmachen. Na. Das ist ja straff verpackt hier. Ja. Boah. Riecht sehr nach, nach dem Indischen. Mh. Lecker. Boah. Die schmeckt echt gut, ey. Mega. Ja. Und jetzt haben wir hier. Warte mal hier. Gutes. Princess and Pea. Was ist das hier? Ah genau. Ungesüßt. Ja. Das ist so ein Erbsendrink. Naja. Keine Ahnung, ob sowas schmeckt oder nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch schon bei einem anderen Video gesehen. Da haben die Leute das so ein Erbsendrink als Schokolade. Gut. Hätte ich jetzt lieber gehabt. Mal sehen. Das ist jetzt hier Pura Erbsendrink. Glutenfrei. Und so weiter und so fort. Zuckerfrei. Könnt ihr ja mal sehen. Ja. Ja. Was ist das interessiert? Die Daten. Kalorienmäßig. Naja. Keine Ahnung. Ich mache es mal einfach auf. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Sieht aus wie Milch. Hm. Ja. Schmeckt da nicht viel. Ja. Na was schmeckt das? Na ja. Erbsen. Einfach so Erbsen mit Milch oder Erbsen mit Wasser besser gesagt. So Erbsenwasser oder so. Ja. Kann man trinken, aber geschmackliches Highlight ist das jetzt aber nicht. So. Haben wir hier. Trinkzauber. Tefi. Tefi. Original. So. Das war für Kinder. So. Was macht man damit? Ein kaltes oder warmes Wasser geben. Okay. Können wir ja. Mach ich demnächst nochmal. Gleichzeitig mit dem nochmal ein separates Video. Kommt zu gucken auf wie es schmeckt. So. Was haben wir jetzt noch? So. Jetzt haben wir die Kreta. Also nicht die Umwelttante. Sondern Kretas. So. Ja. Da gibt es dann wohl auch schon Rezepte dazu. Das Rezept blende ich euch dann halt dazu ein. Falls ihr mal irgendwas mit nachkochen wollt. So. Was haben wir denn hier noch? Ja. Die berühmt-berüchtigten Chili Beams. Ja. Die sind immer wieder mal im Karton. Ich hatte letztes Mal auch schon welche. Bisschen ganz lecker. Vor allem immer wie so ein Tombler. Also nimmt man eins raus. Super süß. Dann nimmt man das nächste raus. Dann ist er voll Lakritze. Und keine Ahnung. Wie viele Geschmacksrichtungen davon gibt er. Okay. Also hier sind jetzt eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Geschmäcke drauf. Äh, drin. So. Kokos, Apfel, Zitrone und so weiter. Ja. Ist ganz cool. Ist eine witzige Sache. So. Was haben wir hier? Ja. Ich sag mal hier was. Für den Salat oder was weiß ich wo rein. Thymian. Äh, Quatsch. Nicht Thymian. Basilikum. Wir kommen auf Thymian. Ich meine, ich hätte in einem anderen Video gesehen, dass das auch mit Thymian geht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Müsste jetzt lügen. Na gut. Hier haben wir Basilikum-Kerbe. Ja. Kann man gebrauchen. So. Was haben wir hier noch? Ja. Äh, gut. Aha. Alles klar. Zu der Schokolade, die wir haben. Gibt es noch einen 20% Rabattcode, falls man die noch bestellen will. Also ich zeige euch das jetzt mal. Der Code ist jetzt einlösbar. Ob das jetzt mehrmals einlösbar ist, keine Ahnung. Mindest bestellt wird 20 Euro. Der zuerst kommt mal zuerst. Also ich zeige es euch einfach mal hier. Ja. Wer will, kann den Code ja hier nutzen und sich die Schokolade bestellen. So. Jetzt nochmal zu den einzelnen Produkten. Also das Teil hier kostet im Laden 2,95 Euro. Falls es sich jemand kaufen möchte. Und das hier kostet 1,95 Euro. So, okay. So, das Chapney. Also die Kreta. Kostet 2,99 Euro. So, dann hier das Schnäpschen. Äh, was kostet das? Moment. 9,99 Euro. Kann ich gar nicht glauben. Ne. Und wo bin ich für Preisunfehler? Auf 0,7. Also hier gibt es keinen richtigen, korrekten Preis für. Also kann ich jetzt nicht genau sagen, weil hier steht 0,7. Das sind ja keine 0,7. Das ist ja 5cl. Also 0,7 kostet hier von 14,99 Euro. So. Dann, was hätten wir noch? Ah ja, hier die Milch. Oder ja, Milch. Würde ich mal so als Milch bezeichnen. Kostet 3,99 Euro. Die Kekse. Die Pechkekse. 1,50. Ja, ist dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen teuer würde ich sagen. Das war ein cooles Gimmick. Oder ein cooler Gag. Aber naja. Chili Beans. 80 Cent. Akzeptabel. Kann man machen. Die Instant-Geschichte. Ja, hier. Kostet 1,49 Euro. Auch ein ganz normaler Preis. Ist ganz okay. Die Brezeln. Die Salzschokobrezeln. 1,59 Euro. Ist auch okay vom Preis, würde ich sagen. Könnt ihr mal unten reinschreiben, falls ihr sagt, ne, das ist auch viel zu teuer. Ja. Ja, jetzt hier die Kaugummis. Ja. Die kosten 2,99 Euro. Na ja, es geht. Günstig ist anders, aber na ja. So. Die Pringelchips. 2,29 Euro. Preismäßig. Na ja, ist auch okay. Könnte etwas billiger sein. Aber geschmacklich sind sie schon cool. So. Und dann hätten wir noch die Schokolade hier. Die kostet 2,79 Euro. Ja, da würde ich jetzt sagen, wenn es das schmeckt, das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Aber wenn es das schmeckt, von der Stärke, vom Gewicht her, würde ich sagen, ist das auch wert. So. Und dann hätten wir hier das Alkohol. Ja, Gummi. Kaugummi. Ne, was ist das hier? Weingummi. Genau. So ein Weingummi. So. Das bekommt man nur in einem Achterpack. Und kostet dann, okay, ist natürlich ein stolzer Preis. 8 Stück, 18 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt, ja, ein Schnapper. Also ich zeige euch mal hier die Liste. Hoffentlich kann man alles sehen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Abonniert den Kanal und ciao.